Da sind wir wieder, liebe Leute. Unser Vater wurde überfallen und die Bänder, gerade die Bänder, die wir brauchen, werden sich, nehme ich zumindest an, wahrscheinlich nicht mehr hier befinden, auch wenn hier jede Menge Videokassetten auf dem Boden liegen. Ein Anhaltspunkt für mich war ja schon dieser Schläger, weil wir den von Biff kennen. Mal gucken, ob das wirklich der ist. Dad, der Schläger hier gehört nicht uns, oder? Nein, nein. McFly's benutzen nie Aluminium-Schläger. Seltsam. Nicht anfassen. Das ist Beweismaterial. Wofür? Oh, warum würde jemand einem netten Sektor-Ellbürger wie mir so etwas antun? An was kannst du dich noch erinnern? Ich habe hier gesessen und kopierte noch eine belastende Szene auf meine... meine Bänder. Meine Bänder, was ist mit meinen Bändern? Bleib ruhig, Dad. Sind sie auf dem Boden? Sie sind in einer Kiste. Darauf steht Rohmaterial. Wenn diejenigen da waren wegen der Bänder, dann haben sie sie doch logischerweise mitgenommen, oder? Aber es ist auch ziemlich unlogisch, dass sie den Schläger haben liegen lassen. Okay, ansonsten ist hier nichts. Einfach nur ausgeräumt, der ganze Shit. Hier ist es. Das Rohmaterial. Gott sei Dank. Sekunde. Siehst du? Ich sagte doch, dass du voreilige Schlüsse ziehst. Diese ganzen düsteren Vermutungen über Diebe und Angreifer, dabei war sie die ganze Zeit... Leer! Was? Hier sind keine Bänder. Aber ich bin mir sicher, dass sie da drin waren. Bevor dieser jemand dir einen übergezogen und sie dir weggenommen hat. Meine Güte, ich wurde beraubt. Beraubt in Hill Valley. Damit kommen sie nicht. Keine Sorge, Dad. Wir kommen schon dahinter. Wer? Wer konnte mir das nur antun? Ich denke, es gibt hier überall Kameras. Kann man die nicht angucken irgendwie? Ich denke, wenn Spiff war, dann irgendwie in Kombination mit Edna. Wer will nicht, dass Doc ein klares Bild von Hill Valley bekommt? Edna! Du meinst, ich wurde von der schon etwas betagten Frau des Bürgermeisters beraubt? Äh, nicht direkt. Nein. Ach, es nützt nichts. Die Bänder sind weg. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass sie nicht auftauchen und mich in Schwierigkeiten bringen. Dad, wir können nicht aufgeben. Lass uns jemanden in die Mangel nehmen. Lass uns zur Polizei gehen. Lass uns nach mehr Hinweisen suchen. Die beiden Sachen finde ich relevant, wobei das nicht ganz so hilfreich sein könnte, weil die Polizei ja im Endeffekt genauso unterhalten als Fruchtlös. Machen wir das. Vielleicht gibt es hier noch mehr Hinweise. Wozu? Selbst wenn wir herausfinden, wer die Bänder gestohlen hat, können wir sie nicht zurückholen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Wir müssen doch irgendetwas tun können, um an die Bänder zu kommen. Nun, wir könnten neue machen. Können wir? Sicher. Es könnte etwas dauern, aber wenn du deinem alten Herrn hilfst, sollten wir nicht länger brauchen als, sagen wir, sechs Monate. Sechs Monate? Aber ich brauche die Bänder jetzt. Du brauchst die Bänder? Äh, was ich damit meinte. Wäre schrecklich, wenn du die ganze Arbeit hier verlierst. Ich mache mir Sorgen um deine Sicherheit. Die Gerechtigkeit muss siegen. Ich muss sie Bürger Brown geben. Haben wir das nicht das letzte Mal versucht? Versuch es trotzdem nochmal. Das muss man Bürger Brown lassen. Ich habe versprochen, ihm Beweise zu liefern, dass Hill Valley nicht so glücklich ist, wie er glaubt, als ich in seinem Büro war, bevor ich hergekommen bin. Was denn? Du hast mit Bürger Brown gesprochen? Es war nicht einfach, glaub mir. Ich musste alle möglichen Regeln brechen. Du hast Regeln gebrochen? Streunende Hunde aufnehmen, Mädchen küssen, mit Mams Flachmann erwischt werden. Das ist die abwegigste Geschichte, die ich je gehört habe. Sie ist wahr. Du vergisst, ich bin dein Vater, ich kenne deine Geschichte. Tja, die Geschichte hat sich geändert. Beweis es. Äh, einmal hier bitte. Sieh her und staune. Strafpunkte, aber... Das war die einzige Möglichkeit. Ich verstehe das nicht. Dad, hör mir zu. Hör mir wirklich zu. Wir beide wissen doch genau, dass die Dinge hier nicht richtig laufen. Bürger Brown hatte anfangs vielleicht gute Absichten, doch dieses Hill Valley macht die Leute unglücklich. Pschsch, das hast du ihm gesagt? So in etwa. Oh, das war's mit unseren Privilegien. Nein, warte. Er hat mir zugehört, Dad. Und er wird die Dinge ändern. Für dich und Mom. Uns alle. Ich kann dir nicht sagen, wie. Du musst mir dabei vertrauen. Okay. Doch erst muss er die Bänder sehen. Als Beweis, dass ich recht habe. Oh, nein. Nein, 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 nein. Dad. Dein Plan. Vielleicht weißt du, was du da tust. Schon möglich, aber lass mich da raus. Dad. Ich will keinen Ärger. Das ist mir zu viel. Liegt mir nicht im Blut. Aber... Tu es für die Familie, tu es für Bürger Brown, tu es für Arthur. Verstehe ich nicht ganz, deswegen nehme ich das. Tu es für deinen Vater. Meinen Vater? Ja, Arthur McFly. Ich weiß, wie er heißt. Kann es sein, dass er damals etwas mit der Verhaftung von Kit Tannen zu tun hatte? Ja, das hatte er. Wo hast du das her? Das war lange bevor Bürger Brown die Stadt aufgeräumt hat. Sogar bevor ich geboren wurde. Alle lebten in Furcht vor Kit Tannen und seinen Schlägern. Aber Dad hat sich gewehrt. Er hatte Beweise für Kits Schuld. Und er hat sein Leben riskiert, um sie den Behörden zu übergeben. Fürchte dich nie das Richtige zu tun. Das hat er mir immer gesagt. Was tust du denn da? Ich frage mich, welcher Anschluss der Richtige ist. Anschluss wofür? Für die Überwachungskamera. Die im Garten. Moment, Moment. Du hast eine Überwachungskamera auf dich selbst gerichtet? Natürlich. Muss mich doch rundum absichern. Hilf mir rauszufinden, auf welchem Monitor ich bin. Kann ich die denn anpengseln? Ich sehe mir nicht, dass es der Kaputte ist. Kann ich jetzt hier einen Videorekorder spulen oder so? Anscheinend war es der nicht. Ja, ich wollte ja auch das Video rausholen, was drin ist. Was soll ich denn sonst machen? Videorekorder? Kann am Rekorder selber nichts einzeln einstellen. Muss ich erst... Warte mal. Hier draußen... Ist doch irgendwo die Kamera, oder nicht? Hier so, oben dran? Wo liegt das Problem, Bürger? Also, ich krieg nen Doppelten mit allem drauf. Fritten und ne Kur... Jetzt reicht's. Es heißt nicht ohne Grund Notfallspeichernlage. Ich verpasse Ihnen jetzt einen SCR 300. Nehmen Sie Ihren Strafpunkte-Beleg mit. Hast vergessen, einen auszudrucken, du Vollidiot. Nee, auf jeden Fall. Ich hab gedacht, die hängt hier oben mit dran, die Kamera. Und da können wir sie irgendwie sehen, oder so. Ah, Moment. Okay, bin wieder da. Meine Seite hat gejuckt. Nee, hier sehen wir keine Kamera. Okay, also müssen wir es doch hier über das Ding machen. Ist auch nichts hier rechts drüben. Nee, nicht hier rechts drüben, ne? Nee, können wir nicht hier irgendwie einsehen. Okay, also muss es irgendwie in den Monitoren sein, George. Das Ketten war nur das... W-O-P-R. Woppa. Wofür das wohl steht? Wir können die auch nicht benutzen. Hier ist nichts auf dem Lochbahnzeug. Kann ich denn an den Monitoren was umschalten? Hm. Oh, warte. Ach, egal. Die? Du musst die Kamera finden, die uns filmt. Ja, ich würd ja gern umschalten. Hier sind ja mehrere... Er ist halt tot. Hier sind ja mehrere Bilder, die eigentlich wechseln immer mal wieder, aber ich... Schalter. Ha. Tada. Hallo? Hier, willst du nicht... Achso, zurückspulen oder was? Da, das sind wir. Dann ist das Überwachungsband in diesem Videorekorder. Das muss vor dem Überfall sein. Mal sehen. Ich erinnere mich, wie ich um 5.30 Uhr die Wiedergabeköpfe reinigte. Der Überfall muss kurz danach gewesen sein. Es war Biff? Aber er kann es nicht sein. Dank des Bürger-Plus-Programms ist er so harmlos wie ein... Kätzchen. Hm. Ich versteh's einfach nicht. So sollte er sich keinesfalls verhalten. Nicht einmal der alte Biff würde jemals... Hey, was blinkt da so komisch an seinem Arm? Finden wir's raus. Ich wusste doch, dass diese Zoom-Funktion einmal nützlich sein würde. Hab dafür einen Haufen Geld ausgegeben. Es ist eine Digital-Uhr. Warum blinkt sie bloß? Halt das Bild an. Kannst du noch weiter ranzoomen? X11. Weißt du, was das bedeutet? Noch nicht. Lorraine. Schimpf doch nicht mit mir, George. Ich habe etwas sehr Wichtiges zu sagen. Dann gehe ich auch schon wieder. Ich habe auch etwas Wichtiges zu sagen. Ich wurde ausgeraumt. Hört mich immer um dich, nicht wahr? Du kannst nicht einfach abwarten und zuhören. Oh nein. Du musst mir unbedingt zuvorkommen. Na gut. Ihr beide klärt ein paar Dinge. Und ich habe etwas zu erledigen. Ich bin so klar wie seit Monaten nicht mehr. Kommt, du weißt. Ich habe den ganzen Tag nichts getrunken. Damit lügt sie doch. Sie hat doch mindestens einmal am Flachmann genippt. Biff. Oh, komm wieder runter, Kumpel. Du hast meinen Dad verprügelt. Gibt es hier ein Problem, Bürger? Nein, nein, Officer. Nur ein kleines Missverständnis. Wir kommen zurecht. Nicht wahr, Martin? Sicher. Okay. Sagen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen, Mr. Ten. Mal sehen, ob wir der Sache auf den Grund gehen können. Ja, mal sehen. Was hast du mit dem geheimen Videoband meines Dads gemacht? Geheimes Videoband? Du weißt schon, dass das zeigt, wie Leuten verdrehte Regeln und Gesetze eingeimpft werden. Jetzt bin ich verwirrt, Martin. Aber das mit dem Video ist nicht gut. Wir sollten es lieber an die Decyclingtonne werfen. Du weißt also wirklich nichts von dem geheimen Videoband meines Dads? Oh nein. Ich würde mich nie mit so heiklen Sachen auf die Straße wagen. Warum hast du meinen Dad verletzt, Bev? Er hat dir auf dieser Zeitachse nie etwas getan. Zeitachse? Wovon sprichst du? Stell dich nicht um. Es gibt Videobeweise. Ich kann keiner Fliege was zu leide tun. Dank Bürger Plus kommt mir der Mageninhalt hoch, wenn ich nur schlecht denke. Siehst du? Wenn du meinen Dad nicht verprügelt hast, wo bist du dann in den letzten paar Stunden gewesen? Nun, ich war... Ich war... Was? Das ist seltsam. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist das Letzte, an das du dich vor deinem Filmriss erinnern kannst? Nun, ich habe Flyer für das Bürger Plus Programm verteilt. Das habe ich den ganzen Tag getan. Ich hatte einem süßen kleinen Eichhörnchen gerade etwas übrig gebliebene Mortadella verfüttert, als Miss Edna vorbeikam. Edna? Ja, sie wollte eine, ähm, Diagnose meiner Bürger Plus Armbanduhr durchführen. Ich muss wohl eingenickt sein, denn als sie fertig war, war es bereits eine Stunde später. Und dann kam deine Mutter vorbei. Ich hätte gedacht, dass die irgendwelche Impulse durch die Uhr kriegen, aber anscheinend hat sie halt wirklich was eingestellt oder so. Edna hat dann deine Uhr rumgefummelt. Lass mal deine Uhr sehen, was wollte meine Mutter hier? Und du weißt wirklich gar nichts über Dad und so weiter. Also ist das Letzte, woran du dich erinnerst, bevor mein Dad verprügelt wurde, wie Edna an deiner Uhr herumfummelte? Ja, das klingt nicht gut, oder? Biff, deine Uhr. Sagt dir vielleicht X11 etwas? X11? Ist das eine neue Band oder so? Mit diesem Hip-Hop-Kram kenne ich mich nicht aus. Nein, Biff, das ist der Betriebsmodus deiner Bürger Plus Armbanduhr. Abgefahren. Das hat sie noch nie gemacht. Ich kann dieses Geblink hier nicht mal abstellen, siehst du? Warte, warte, warte. Kann ich denn eine Stunde runter? Okay, jetzt bin ich mit der 23 wieder. Was ist denn? Mode? Ah. Ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Mode A. Dann machen wir... Nee, in die andere Richtung. X... X... Und die... Elf. So? Biff? Okay, das ist verrückt. Was ist los mit dir? Hast du meinen Vater angegriffen? Okay, so kommen wir weiter. Warum hast du meinen Vater angegriffen? Äh... Du musst hypnotisiert worden sein. Wer hat dir das angetan? Äh... Schätze, das muss warten, bis ich das Band habe. Wo ist das Band von meinem Dad? Äh... Die Decycling-Tonne? Kannst du mir einen Gefallen tun und mir Dads Band beschaffen? Äh... Hey, Mr. Ten, was ist hier los? Oh... 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 Werden Sie von McFly belästigt? Oh... Hey, Sie dürfen da nicht rein! Oh... Oh... Ich weiß es nicht. Bisher ist noch nie jemand in die Decycling-Tonne gesprungen. Wohin führt der Schacht? Diese Information übersteigt meinen Dienstgrad. Mist, jetzt habe ich eine Menge Ärger am Hals. Stillgestanden, McFly! Ich muss Burger Brown hierüber Bericht erstatten. Können wir nicht einmal hinterher springen? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Nun, das wird wohl nichts. Oh, Ma'am! Habe ich was Falsches gemacht? Habe ich was Falsches? Mr. Tenen, Sie sind der Stolz unseres Bürger-Plus-Programms. Was zum Henke hat Sie geritten, einem Polizeibeamten anzugreifen und mit dem Kopf voran in die Decycling-Tonne zu kriechen? Das soll ich gemacht haben? Herr, und ich dachte, sein Vater wäre tumm. Nein, wirklich! Ich kann mich an nichts von all dem erinnern. Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, wie ich dem netten jungen McFly meine Armbanduhr zeigte. Dann, wumm, war ich hier unten und Sie schrien mich an! McFly? McFly! Strickland! Oh, hi, Martin! Geben Sie mir die Bänder, Edna! Mr. Tenen, bitte mäßigen Sie unseren Gast! Biff, halt! Halt! Oh, nein! Benutze die Pfeiltassen und klicke und bewege die Maus, um dich umzuschauen. Kann ich ihm nicht einfach in die Uhr beißen? Oder hier reingreifen? Zigarren? Was könnte ich hier? Oh! Hallo, Einstein! Kann ich den Käfig aufmachen? Einstein? Runde? Hä? Tenen! Konzentration! Äh... Ah! Käfig? Ich denke, Martin würde einen guten Kandidaten für Bürger Plus ab... Scherzartikel? Biff! Furzkissen! Du hattest noch nie viel Sinn für Humor. Was sollen ihn jetzt dazu bringen? Bier? Hey! Sieh mal da drüben! Bier! Bier? Was geht hier vor? Die Power Tenen? Leisten Sie Ihrer Programmierung Folge! Sehen Sie, Mr. McFly? Dank der Verbesserungen, die ich am Bürger Plus-Programm vorgenommen habe, fressen mir selbst die bissigsten Hunde aus der Hand. So viele Laster und ein Durcheinander... Komm schon, Biff! Genug jetzt! Ach! Okay, Bier wirkt halt bloß einmal anscheinend. Oh, warte, 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 was war hier? Pornos! Schau mal! Männerhefte! Tritten! Wo bin ich? Tannen? Ich habe das nicht vor meinem verweichlichten Ehemann verheimlicht, damit Sie sich in Ihren Lastern suhlen können! Ähm... Was haben wir noch? Klipper-Teiler? Widerstand ist zwecklos, Mr. McFly! Im Täterwellen-Status kann es Mr. Tannen leicht mit ihrer Geball... Biff! Sind das nicht deine Lieblingszigarren? Kubanische? Tannen! Zugehört! Ähm... Mädchen! Ähm... Alkohol! Ähm... Tannen! Aufgestanden Sie, nichts Nutz! Ätna, gönnen Sie dem armen Vollidioten eine Pause! Eine Pause? Sie klingen wie das Weichei von meinem Ehemann! Immer sucht er das Gute im Menschen! Er will einfach nicht akzeptieren, dass manche Leute eben von Natur aus böse sind! Vielleicht, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, sie in Zombies zu verwandeln! Und nun geben Sie mir Dads Bänder zurück, damit ich... Meinen Sie die Bänder, die ich gelöscht habe, als Sie mit meinem Zombie kämpften? Was? Na los! Utopien sind zerbrechlich, Mr. McFly! Vor allem mit einem so... ablenkbaren... Kopf wie dem meines Mannes an der Spitze! Nein! Edna! Doc? Emmett! Was machst du denn hier? Ich bin hierher gekommen, um einem beunruhigenden Bericht über Mr. Tannen nachzulegen. Sie müssen sie aufhalten, Sie... Ruhe! Okay. Ich dachte schon, mein Bürger-Plus-Programm hätte womöglich einen Fehler. Stell dir meine Überraschung vor, als ich herausfand, dass meine eigene Frau mein Lebenswerk zerstört. Ging es dir darum, Edna? All die Jahre versuchten wir, die Gesellschaft von ihren Übeln zu befreien. Und das nur, um eine Welt zu erschaffen, in der man den freien Willen auf Knopfdruck abschalten kann? Oh, bitte, Emmett. Du wolltest es doch auch. Weißt du das nicht mehr? Wir wollten, dass wir jemandem nur sagen müssen, er solle den Rasen nicht betreten, und er würde nie wieder einen Fuß auf einen gepflegten Rasen setzen. Bürger-Plus sorgt dafür, dass Regeln nicht gebrochen werden können. Ich habe nur minimale Änderungen vorgenommen. Aber... Diese Diskussion werden wir nicht hier führen. Aber... Geh nach Hause und warte auf mich. Fein. Dark. Der Vater würde Ihnen keine Vorwürfe machen. Tut mir leid, wegen Edna. Seien Sie nicht so hart zu sich selbst. Seien Sie nicht so hart zu sich, Doc. Es ist manches, okay, vieles, durcheinandergeraten in diesem Hill Valley. Aber Sie wollten den Menschen nur helfen. Tatsächlich? Oder habe ich mich von einer Transformation der menschlichen Psyche hinreißen lassen, wie nur die Chemie es schafft? Er würde Ihnen sicher nicht die Schuld an all dem geben, Doc. Er war so glücklich, als ich meine kindischen Träumereien für Ednas bodenständigere Ideen aufgab. Bist du jetzt stolz auf mich, Vater? Das mit Edna tut mir leid, Doc. 1931 wirkte sie noch nicht so böse. Nein, war sie auch nicht. Bei unserem ersten Rondeveau war sie so lebendig, einfühlsam und hatte strenge Prinzipien. Wann habe ich sie verloren? Ha! Genug gejammert. Was geschehen ist, ist geschehen. Zeit, nach vorne zu schauen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was? Ihr Notizbuch von der anderen Zeitachse. Nicht schon wieder diese Flausen! Sehen Sie her, damit können Sie die Zeitmaschine reparieren und alles in Ordnung bringen, sodass das nie passiert. Dann sind alle wieder so, wie Sie sein sollten. Sie, Edna, Jennifer, meine Eltern. Doc, Sie sagten mal, wenn man sich ordentlich bemüht, kann man alles auf die Beine stellen. Dann stellen Sie das mal auf die Beine. Die meisten Seiten sind leer. Sie brauchen nur diese eine hier. Grundgütiger. Martin, das, das könnte funktionieren. Das wird natürlich eine Weile dauern, aber wenn wir damit fertig sind, haben wir alle Zeit der Welt. Ha 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 ha! Doc? Martin, wir müssen sofort beginnen. Na los! Darf eine mitkommen? Der Hund. Aber natürlich! Ganz im Vertrauen, bevor Edna kam, habe ich Hunde geliebt. Was Sie nicht sagen. Ich werde sofort ein Labor einrichten. Edna wird wütend sein. Aber wen kümmert's? Wir müssen eine Zeitmaschine reparieren. Juhu! Okay, ich muss sagen, bevor er jetzt hier nicht drauf gezeigt hat, jetzt ist das hier alles im Weg, ist mir nicht aufgefallen, dass dieses Hoch-die-Hände-Wochenende-Symbol wie der Fluxkompensator aussieht. Wie konnte ich das übersehen? Keine Sorge, Kleiner. Ich hole dich so schnell wie möglich da raus. Wie wär's denn mit jetzt? Was ist los, Eini? McFly! Hey, Biff. Alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ich hab mich selten besser gefühlt. Also erinnerst du dich? An die Hexe, die mich diese Dinge hat tun lassen? Ja, sie wird bekommen, was sie verdient. Niemand sagt Biff Tennen, was er zu tun hat. Niemand. Hey, ich bin der, der dich zurückgeholt hat. Wirklich? Ich kann mich nämlich nur an einen Punk erinnern, der es wohl lustig fand, mich in ein Loch kriechen zu lassen. Warum erinnert er sich plötzlich... Wo soll ich hingehen? Platz, Biff. Äh, bleib. Warum... Gut. Hä? McFly! Oh, Mist. Warum erinnert er sich plötzlich an seine Zombie-Phase? Okay, McFly, Zeit, die Brühe auszulöffeln. Es heißt, die Suppe auszulöffeln. Hat er doch vorher auch nicht. Wo kann ich ihn hin? Einsteigen? Einsteigen. Jetzt den Knochen hier unten? Nee. Butter? Einsteigen? Ein E-Fass! Was soll ich tun? Schallplatten? Hoffentlich geht mir der Rock'n'Roll nicht aus. Äh. So, jetzt noch mal ein Stein-Fass. Was haben wir noch hier? Was war denn hier? Was war denn hier? Oh, mein Gott. Lasst mir doch eine scheiß Sekunde mehr Zeit. Kann... Ein E-Fass! Kann ich hier nicht irgendwie in den Käfig schubsen oder so? Mach mal einen Stein-Fass. Ein Stein-Fass. Nein. Wenn man hier nicht sofort drauf kommt, was man tun muss. Nein, ich fass. So, jetzt machen wir mal ganz langsam. Hier bei den Käfigen... Kann ich jetzt ein Stein? Ein Stein! Muss ja erst näher bei mir sein, dass ich ein Stein rufe. Ein E-Fass! Weil was anderes... Ich kann ja nochmal versuchen, ob ich mit dem Platten abschießen kann. Und dann nebenbei ein Stein rufen. Keine Ahnung, was der Sinn dabei ist, aber ich probiere es einfach aus. So, was anderes habe ich hier gerade nicht. Jetzt ein Stein. Ein E-Fass! So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Kann ich... Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht laufen. Ich kann mich nicht bewegen irgendwo hin. So, hier ist nichts zum Gucken. Hier ist nichts zu machen. Ich kann einsteigen nicht. Ich kann biffen nicht. Ich kann die Tür nicht. What? Was soll ich denn tun? Panikknopf. Okay. Gib deinen Tipp ab. Was? Wir müssen hier weg, Aini. Doc! Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Biff ist auf mich losgegangen. Ich habe ihn umgehauen mit dem alten Roll... Martin McFly. Edna? Es ist fast beeindruckend, wie viele Jahre Arbeit und Planung du beinahe in wenigen Stunden zerstört hast. Wo ist Doc? Oh, Doc! Mein Mann ist an einem besseren Ort. An einem besseren Ort? Was haben sie getan? Ruhig, Martin. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Nein, Doc! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017